Ich habe die allererste Black Ops 6 Nuke weltweit mit Maus und Tastatur erspielt und das alles am ersten Releasetag. Das war tatsächlich generell meine allererste Nuke in einem Call of Duty Multiplayer, weil ich mehr so der Warzone Spieler bin und nie wirklich auf Nukes gespielt habe, sondern einfach nur die Tarnungen freischalten wollte. Dann dachte ich mir, ich probiere das mal und was daraus passiert ist, war unglaublich. Lasst jetzt schon mal gerne ein Like und ein Abo da und schaut gerne auf Twitch vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung, dort spielen wir auch jetzt gerade Black Ops 6 und gehen auf die Tarnungen sowie auch auf Nukes. Drei Runden vor der tatsächlichen Nuke-Runde ist etwas passiert, was mich absolut gebrochen hat. 19 Kills. 20er Streak. Okay, Sponsor geflippt, geil. 22er Streak. 25 Kills. 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 Einen Kills? Einen Kill? Nein, 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 der war hinter mir, nein, der ist vorzielt hinter mir, nein, ich sterbe auf meine 20er. Mann, in der Beta hatte ich einmal eine 27er, dann hatte ich eine 28er und jetzt sterbe ich auf einen 29er krank. Ich habe mich aber zum Glück davon erholen können und danach auf Skyline die perfekte Runde erspielt. Ne, ist nicht die Einstellung. 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 Okay. Alter, drop shot damage plötzlich. F**k, ich wollte ihn baiten und jetzt zielt er meinen Killer noch. Team, jetzt müssen wir all JV jetzt poppen. Ganz wichtig. Okay, Team, er ist hier gestorben. Hier wird er seiner kommen. Ne, alles gut. F**k. Ich muss ein bisschen pushen. Die kommen nämlich irgendwie nicht mehr. Securing Alpha. Taking A. Sniper's dead! Obtile, destroyed one of your assault batteries. Check one out! Der noch über die Flutzen ist. Denen wirkommt. Lockt ferrobaas Charlie. Loser zu A. Verletzt hat sie A. Lassen sie 20? Der noch der Kugel verletzt. Was der Kugel? Das war's für heute. Ein Kill. Let's go! Let's go! Da ist sie doch, Jet! Da ist sie doch! Wir haben sie! Meine erste Call of Duty Nuke. Ist das krank? Geil, 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 geil! We got it! Let's go! Und zünden das Ding! Geil! Holy shit, Alter! Let's fucking go! Wir haben das gemacht, Jet! Wir haben das gemacht! Let's go! Erstmal sind Keyboard Nuke. Genauso nämlich. Let's go! Drei, vier Runden davor, 29 Kills gemacht und hier die 30er. Ich hab euch gesagt, Jet, heute fällt sie. Ich hab es euch gesagt, heute ist es soweit. Erster Tag, wo ich das Game spiele. Am ersten offiziellen Tag, wo das Spiel draußen ist und wir machen direkt eine Nuke. Ich hab euch wirklich gesagt, heute findet es statt. Ich hab's in der Beta nicht hinbekommen, aber heute findet es wirklich statt. Geil, Alter! Und gecoilt auch noch. Let's go, GG's! Ich hab's in der Graf. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Vielen Dank.